Nordic Walking – Poop Desperation an der Nordsee Lisa ist auf der Strandpromenade zusammen mit ihrer Laufgruppe unterwegs, als es in ihrem Bauch plötzlich heftig drängt. Sie braucht dringend eine Toilette, aber es ist weit und breit keine vorhanden. Behält sie die Kontrolle über ihre Poop Desperation? Ausgerechnet, wenn sie ihre kürzesten Shorts trägt? Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr